Mein Name ist Uli Zinser. Ich möchte Bürgermeister von Gertringen werden, weil mir als gebürtigem Gertringer die Weiterentwicklung und die Gestaltung meiner Heimatgemeinde sehr am Herzen liegen. Vieles wurde jedoch in den vergangenen Jahren versäumt und blieb liegen. So Folge hiervon ist, dass wir zu wenig Gewerbesteuereinnahmen erzielen und zu wenig Arbeitsplätze haben. Dies möchte ich ändern. Ich werde mich aktiv dafür einsetzen, dass attraktive und hochqualifizierte Betriebe mit Arbeitsplätzen in Gertringen angesiedelt werden, hier für erhöhte Gewerbesteuereinnahmen sorgen, sodass dann unsere Ausgaben und unsere reichhaltig vorhandene Infrastruktur erhalten werden kann. Dafür möchte ich mich mit all meiner Berufs- und Lebenserfahrung einsetzen. Ich werde mich der Herausforderung stellen und diese Aufgaben angehen, damit es mit Gertringen und Rohrer gemeinsam in eine Zukunft geht. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.